Willkommen! Heute sprechen wir über die wichtigste Gefahr in Bezug auf Vitamin D, die Sie kennen sollten. Es gibt starke Argumente dafür, dass Vitamin D der weltweit am häufigsten auftretende Mangel ist. Aber das ist noch nicht alles, seine Bedeutung ist von entscheidender Wichtigkeit und wir beginnen gerade erst zu erkennen, wie wichtig es tatsächlich ist. Tatsächlich haben einige Experten behauptet, dass es ein Biomarker für chronische Krankheiten und körperliche Schwäche sein könnte. Anders ausgedrückt, wenn Sie nur einen Aspekt in Ihren Blutuntersuchungen betrachten müssten, besteht eine äußerst starke Verbindung zwischen Ihrem Vitamin D-Status und Ihrem allgemeinen Wohlbefinden. Wir müssen über eine Reihe kritischer Schritte sprechen, die wir alle ergreifen müssen, um Vitamin D effektiv zu nutzen. Wenn wir über die Funktionen von Vitamin D sprechen, gibt es eine klassische und eine nicht klassische Rolle. Normalerweise wird Vitamin D hauptsächlich mit Calcium, Phosphor und Knochen in Verbindung gebracht. Die klassische Funktion von Vitamin D besteht darin, Calcium in die Knochen zu transportieren, um sie zu verfestigen und gesunde Knochen zu bilden. Dies wurde erstmals 1920 entdeckt, basierend auf einer Erkrankung namens Raphitis. Bei einem schweren Vitamin-D-Mangel während des Wachstums und der Knochenverlängerung können die Knochen nicht ausreichend verfestigen, was zu sogenannten, weichen Knochen oder Osteomalazie führt. Es stellte sich heraus, dass Vitamin D für diese Erkrankung verantwortlich ist, und durch die Zugabe von Vitamin D konnte das Problem der Raphitis gelöst werden. Dies war jedoch nur der erste Schritt bei der Entdeckung dessen, was Vitamin D alles bewirkt. Kommen wir zur nicht klassischen Rolle von Vitamin D, die in Bezug auf die Immunfunktion von großer Bedeutung ist. Dies umfasst die Aktivierung und die Regulierung von Immunzellen sowie die Beeinflussung der Apoptose, also des programmierten Zellsterbens. Darüber hinaus spielt Vitamin D eine entscheidende Rolle bei der Regulation von Entzündungsprozessen. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel führt zu einem Anstieg von Entzündungen. Zusätzlich ist Vitamin D an der Neurogenese beteiligt, was den Aufbau von neuem Gehirngewebe, die Bildung neuer Gehirnzellen und die Schaffung neuer Gehirnverbindungen einschließt. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Reparatur von Gehirngewebe nach Gehirnerschütterungen, sondern ist auch entscheidend für das Lernen neuer Dinge, da neue neuronale Verbindungen im Gehirn gebildet werden müssen. Hier besteht Uneinigkeit, da die meisten Erkenntnisse über die vielfältigen Aufgaben von Vitamin D erst in den letzten zehn Jahren gewonnen wurden, im Gegensatz zu den Erkenntnissen über die Rolle von Vitamin D bei Calcium, die bereits vor über 100 Jahren bekannt waren. Einige Menschen halten immer noch an der alten Vorstellung fest. Wenn wir uns also fragen, ob wir ausreichend Vitamin D bekommen, können einige argumentieren, dass wir genug Vitamin D für die Knochenbildung haben. Die Frage ist jedoch, ob unser Vitamin-D-Spiegel für all diese anderen wichtigen Funktionen wie das Immunsystem, die Steuerung der Zellalterung, Entzündungsreaktionen und die Bildung von neuem Gehirngewebe ausreicht. Aber genauso wichtig ist, dass es bei all diesen Funktionen eine weitaus höhere Zellformierung gibt, beispielsweise bei der Produktion und Reifung von Zellen. Zelldifferenzierung bedeutet, dass Zellen sich in verschiedene Zelltypen wie Knochen, Herz, Leber oder Gehirnzellen entwickeln können. Dies hängt mit der Stabilität unserer Gene und DNA zusammen. Wenn diese Prozesse gut funktionieren, haben wir gesundes Gewebe. Allerdings gibt es auch Krebs, bei dem es zu unkontrolliertem Zellwachstum, mangelhafter Zelldifferenzierung und genetischer Instabilität kommt. Wenn alle diese Faktoren zusammenkommen, was bei niedrigem Vitamin-D-Spiegel der Fall sein kann, spricht man von Krebs. Insbesondere bösartiger Krebs, der außer Kontrolle geraten ist, wird oft mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel in Verbindung gebracht. Ein weiteres zunehmend häufiges Problem sind Autoimmunerkrankungen. Die häufigste davon betrifft die Schilddrüse. Bei vielen Menschen werden Schilddrüsen-Antikörper festgestellt. Es geht jedoch nicht nur um die Schilddrüse, es gibt auch Rheumatoide Arthritis, Lupus, ankylosierende Spondylitis, Psoriasis oder Psoriasisarthritis und die Liste geht noch weiter. Sogar Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die vom Vitamin-D-Spiegel beeinflusst werden kann. Zudem gibt es eine Vielzahl von neurodegenerativen Krankheiten, bei denen es zu einem Abbau von Nervengewebe oder zu einer unzureichenden Funktion kommt, wie bei Parkinson oder Alzheimer. Des Weiteren sind auch neurologisch-psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression von Vitamin D beeinflusst. Ich denke Sie können langsam erkennen, wie enorm wichtig die Rolle von Vitamin D in so gut wie allen Körperfunktionen ist. Es wäre eine massive Untertreibung, es nur als wichtig zu bezeichnen. Wie bereits erwähnt, kann man Vitamin D als einen einzigen Biomarker betrachten und eine ziemlich gute Vorstellung davon bekommen, wie gesund eine Person ist. Eine berechtigte Frage ist, ob Vitamin D eine Ursache oder eine Folge der Krankheit ist. Mit anderen Worten, sind Menschen krank, weil sie nicht genug Vitamin D bekommen, oder ist der niedrige Vitamin-D-Spiegel eine Folge ihrer Krankheit, weil sie es nicht richtig verarbeiten oder nutzen können? Wahrscheinlich ist es eine komplexe Wechselwirkung. Die Antwort ist definitiv beides. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann eine Vielzahl von Problemen verursachen, und wenn sie krank sind, verarbeiten sie Vitamin D nicht so effizient. Es entsteht also eine Art Teufelskreis. Wie groß ist dieses Problem weltweit? Offiziell gilt ein Vitamin-D-Mangel, wenn der Bluttest weniger als 20 Nanogramm pro Deziliter anzeigt. Das betrifft etwa 42 bis 97 Prozent der Weltbevölkerung, abhängig von verschiedenen Regionen und Ländern. In einigen Ländern, in denen Lebensmittel stärker angereichert und ergänzt werden, kann der Wert bei 40 liegen, dennoch sind 40 Prozent der Bevölkerung an diesen Orten mit weniger als 20 Nanogramm, was verheerend niedrig ist. In einigen Gebieten, insbesondere im Nahen Osten kann der Vitamin-D-Mangel bei so vielen wie 97 Prozent der Menschen auftreten. Aufgrund der weiten Verbreitung des Vitamin-D-Mangels gab es Versuche die Richtlinien anzupassen und zu behaupten, dass selbst bei einem Spiegel von 12,5 Nanogramm pro Deziliter die Knochenmineralisierung bei den meisten Menschen immer noch ausreichend ist. Doch diese Betrachtung konzentriert sich hauptsächlich auf die klassische Rolle von Vitamin-D, nämlich die Einlagerung von Calcium in die Knochen, und vernachlässigt das größere Bild. Wie bereits erwähnt, ist selbst ein Wert von 20 Nanogramm pro Deziliter viel zu niedrig. Im nächsten Schwellenbereich wird man nicht mehr als mangelhaft, sondern als unzureichend bezeichnet, wenn der Wert unter 30 Nanogramm pro Deziliter liegt. Die meisten dieser Richtwerte sind jedoch hauptsächlich auf die klassische Rolle von Vitamin-D ausgerichtet, nämlich die Mineralisierung von Knochen. Die entscheidende Frage lautet, was ist wirklich optimal, wenn wir die vollen Vorteile für hunderte dieser wichtigen Funktionen nutzen möchten? Wie hoch sollte der Vitamin-D-Spiegel tatsächlich sein? Lassen Sie uns einige Schritte durchgehen, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Lassen Sie mich die Schritte erklären, die notwendig sind, um Vitamin-D zu nutzen. In klassischer Betrachtung gehen wir davon aus, dass wir in der Sonne sind und unser Körper Vitamin-D produziert, wenn unsere Haut dem UV-Licht ausgesetzt ist. Die meisten Menschen sind heute der Ansicht, dass das, was wir allein über die Haut produzieren können, nicht mehr ausreicht. Dies ist auf verschiedene störende Faktoren zurückzuführen. Ein Beispiel dafür ist die Luftverschmutzung, die aufgrund ihrer weiten Verbreitung die Produktion von Vitamin-D beeinträchtigt. Zudem tragen die meisten Menschen Kleidung und verbringen viel Zeit in Innenräumen. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Pigmentierung der Haut, je dunkler die Haut ist, desto weniger UV-Strahlung kann absorbiert werden, was die Umwandlung in Vitamin-D verringert. Die geografische Lage spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn Sie ziemlich weit vom Äquator entfernt leben, erhalten Sie nicht so viel Sonnenlicht oder nicht die gleiche Intensität. Die Intensität ändert sich je nach Jahreszeit und Tageszeit. Wenn Sie hauptsächlich gegen Tagesende in der Sonne sind, ist die Sonne möglicherweise nicht stark genug, um eine signifikante Umwandlung von Vitamin-D zu bewirken. Mit dem Alter nimmt die Fähigkeit zur Vitamin-D-Umwandlung weiter ab. Zusätzlich gibt es verschiedene gesundheitliche Zustände wie Insulinresistenz, von der etwa 80% der Bevölkerung in gewissem Maße betroffen sind. Dies tritt auf, wenn Menschen zu viele Kohlenhydrate und zu viel Zucker essen, wodurch das Insulin nicht mehr richtig funktioniert und in größeren Mengen produziert werden muss. Das führt zur Insulinresistenz, die ebenfalls die Produktion von Vitamin-D beeinträchtigt. Für die meisten bleibt die alternative Vitamin-D durch Ernährung und oder Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen. Egal ob wir es durch die Ernährung oder Nahrungsergänzung aufnehmen, wir müssen es natürlich auch aufnehmen können. Was die Ernährung betrifft gibt es nur sehr wenige Lebensmittelquellen. Tatsächlich sind es hauptsächlich tierische Produkte. Das reichhaltigste Produkt ist Lebertran und Lebertran-Pastete, wenn Sie diese regelmäßig zu sich nehmen. Eine andere Quelle wäre bestrahlte Pilze, die eine ziemlich starke Vitamin-D-Quelle darstellen, da sie UV-Licht ausgesetzt waren. In verschiedenen tierischen Produkten und Tierfetten wie Butter, Sahne und allem gibt es auch geringe Mengen, aber oft nicht ausreichend. Daher ist die Nahrungsergänzung in der Regel die praktikabelste und vernünftigste Möglichkeit für die meisten Menschen, ihren Vitamin-D-Bedarf täglich zu decken. Wenn wir Vitamin-D in Form von Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln zu uns nehmen, gelangt es natürlich in den Magen. Dort muss es aufgespalten werden und dazu benötigen wir Verdauungsenzyme, um unsere Nahrung zu verarbeiten. Da Vitamin-D fettlöslich ist, ist es auch wichtig es zusammen mit Fett zu essen. Wenn Sie eine sehr fettarme Ernährung haben und nicht genügend Fett freisetzen, werden Sie Vitamin-D möglicherweise nicht gut aufnehmen und nutzen können. Tatsächlich wurde festgestellt, dass die Einnahme eines Vitamin-D- Nahrungsergänzungsmittels während der größten Mahlzeit des Tages die Aufnahme um 50% steigern kann, da es als Teil der Nahrung und des Fetts aufgenommen wird. Wenn Sie eine größere Mahlzeit zu sich nehmen, stehen auch mehr Verdauungsenzyme zur Verfügung, was den Verarbeitungsprozess verbessern kann. Dann muss das Vitamin-D transportiert werden. Nur weil es in Ihrem Magen ist, von dort aufgenommen wurde und sogar in den Blutkreislauf gelangt ist, bedeutet das noch nicht, dass es Ihnen nützt. Es gibt etwas namens Vitamin-D-bindendes Protein, kurz VdBP. Wenn dieses Protein in geringer Menge vorhanden ist, bedeutet das, dass die Vitamin-D-Aktivität verringert ist. Praktisch gesehen zirkuliert Vitamin-D nicht eigenständig im Blut. Es wird immer von diesem Vitamin-D-bindenden Protein dorthin transportiert, wo es benötigt wird. Deshalb ist es nicht nur wichtig ausreichend Vitamin-D zu haben, sondern auch ausreichend von diesem Protein. Wenn beispielsweise der Spiegel des Vitamin-D-bindenden Proteins niedrig ist, wurde ein erhöhtes Risiko für bösartige Tumore beobachtet, insbesondere in Verbindung mit Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs. Es besteht eine deutliche Verbindung zwischen einem niedrigen Vitamin-D-bindenden Proteinspiegel und diesen Krebsarten. Selbst wenn Sie nicht ausreichend von diesem Protein haben, kann es dennoch hilfreich sein, mehr Vitamin-D einzunehmen, um eine bessere Sättigung zu erreichen, damit mehr davon verfügbar ist. Tatsächlich wurde festgestellt, dass eine Gruppe von Menschen, die nur 1100 internationale Einheiten pro Tag einnahmen, was immer noch nicht viel ist, das Krebsrisiko um 60 bis 77 Prozent reduzierte. Das Bindungsprotein allein reicht nicht aus, es kann das Vitamin-D lediglich transportieren. Jetzt müssen wir es in die Zelle einschleusen, und das erfordert eine Abfolge aufeinander aufbauender Schritte. Das Bindungsprotein nimmt das Vitamin-D aus dem Blutkreislauf oder von der Haut und transportiert es zum Zielorgan. An der Oberfläche der Zellen befinden sich kleine Rezeptoren. Nur wenn diese Vitamin-D-Rezeptoren funktionieren, kann das Vitamin-D in die Zelle eindringen und seine biologische Funktion entfalten. Diese Vitamin-D-Rezeptoren sind auf praktisch jeder Zelle im Körper vorhanden, aber sie sind in höherer Konzentration an Stellen zu finden, wo Vitamin-D besonders wichtig ist. Das sind unter anderem die Nierenzellen, Immunzellen, Knochenzellen und auch in speziellen Bereichen des Nervensystems sowie an vielen anderen Stellen im Körper. Zum Beispiel in der Substantia Nigra, die für die Produktion von Dopamin und Parkinson verantwortlich ist. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann dazu führen, dass die Substantia Nigra nicht optimal funktioniert, der Dopamin-Spiegel sinkt und das Risiko für Parkinson steigt. Der Hypothalamus ist ein Bereich im Gehirn der Hormone, Hunger, Durst, Temperatur und mehr reguliert. Wenn dieser Bereich nicht richtig funktioniert, können neurologische und psychiatrische Probleme wie Schizophrenie und Depression auftreten. Es können auch neurokognitive Probleme wie Parkinson und verschiedene Bewegungsstörungen sowie Demenz auftreten. Zusätzlich können viele verschiedene hormonelle Störungen und Ungleichgewichte auftreten. Selbst Diabetes hat eine deutliche Verbindung zu Vitamin D, insbesondere über den Vitamin-D-Rezeptor und das betrifft sowohl Typ 1 als auch Typ 2 Diabetes. Wenn der Vitamin-D-Spiegel niedrig ist, wird weniger Insulin freigesetzt, was zu einer schlechteren Kontrolle des Blutzuckers führen kann. Der Hauptfaktor, der zu Typ 2 Diabetes führt, ist jedoch Insulinresistenz. Ausreichend Vitamin D kann dazu beitragen, die Insulinresistenz zu verringern, während niedrige Vitamin-D-Spiegel die Insulinresistenz erhöhen können. Wenn unser Immunsystem geschwächt ist, beispielsweise bei niedrigem Vitamin-D-Spiegel, sinkt die Regulation des Immunsystems. Das bedeutet, dass wir weniger Abwehrkräfte gegen die Autoimmunerkrankung Typ 1 Diabetes haben. Das führt uns zu Kofaktoren. Wir können all diese verschiedenen Schritte durchlaufen, um das Vitamin-D in die Zelle zu bekommen, aber wir können immer noch nicht unbedingt die volle Wirkung von Vitamin-D entfalten, zumindest nicht alles davon. Das liegt daran, dass die meisten Nährstoffe, Enzyme und Kofaktoren mit anderen Dingen zusammenarbeiten. Der wichtigste Kofaktor, der Ihnen hilft Vitamin-D zu verarbeiten, sind gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel, die auf die richtige Weise angebaut und zubereitet werden. Diese Lebensmittel liefern mehr Nährstoffe und Kofaktoren als alles andere. Wenn Sie verarbeitete Lebensmittel und eine Menge Zucker essen, fehlt Ihnen ein Teil von allem, was Ihr Körper benötigt. Die zweite wichtige Sache ist tatsächlich Bewegung, denn Bewegung optimiert die Funktionalität des Körpers. Bewegung aktiviert jede Zelle in Ihrem Körper und ermöglicht es ihr ihr volles Potenzial auszuschöpfen. An dritter Stelle steht eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr. Egal ob Sie es von der Sonne bekommen oder ob Sie es ergänzen müssen, Sie müssen sicherstellen, dass Sie genügend Vitamin-D erhalten, auf die eine oder andere Weise. Platz 4 ist Magnesium, das an Hunderten verschiedener chemischer Reaktionen und Stoffwechselwege im Körper beteiligt ist. Es ist der wichtigste Kofaktor, damit Vitamin-D seine Aufgaben erfüllen kann. Auf Platz 5 stehen Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA, die ebenfalls entscheidend sind, um Vitamin-D zu aktivieren und zu transportieren. Platz 6 ist für Zink reserviert, ein Spurenelement, das in vielen Prozessen eine Rolle spielt. Auf Platz 7 finden wir Bohr, ein weiteres essentielles Mineral. Platz 8 wird von Vitamin K2 eingenommen. Einige Menschen müssen dies als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, während andere es über den Darm herstellen können. Es wird oft empfohlen Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2 einzunehmen, aber meiner Meinung nach ist dies nicht immer die optimale Vorgehensweise. In den meisten Fällen ist es ratsam zunächst Vitamin D3 für etwa 3 bis 6 Monate einzunehmen und erst danach eventuell Vitamin K2 hinzuzufügen. Wie viel Vitamin D sollten Sie einnehmen? Im Grunde haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen Nahrungsergänzungsmittel benötigen. Aber wie viel sollten Sie einnehmen? Die grundlegende Empfehlung besagt, dass Sie mindestens 600 internationale Einheiten pro Tag einnehmen sollten. Wenn Sie über 60 Jahre alt sind oder in einem sonnenarmen Gebiet leben, sollten es 800 internationale Einheiten pro Tag sein. In einigen Teilen der Welt wird die Messung im Mikrogramm vorgenommen. Sie können die internationale Einheit durch 40 teilen, um die Mikrogramm zu berechnen. Die Standardrichtlinien besagen auch, dass 2000 internationale Einheiten das maximale Tageslimit sein sollten. Allerdings ist das für viele Menschen nicht ausreichend. Für einige Menschen mag eine tägliche Einnahme von 2000 internationalen Einheiten in Ordnung sein, da dies von vielen Faktoren wie Genetik und Sonnenexposition abhängt. Allerdings wird dies für die meisten Menschen nicht ausreichen. Eine Dosis von 5000 internationalen Einheiten wird für viele Menschen ausreichend sein, aber es wurde beobachtet, dass einige Personen, obwohl sie 5000 internationalen Einheiten einnehmen, immer noch einen Vitamin-D-Mangel im Blut haben, selbst nach mehreren Monaten der Einnahme. Der Vitamin-D-Spiegel sollte am besten routinemäßig ein- oder zweimal im Jahr überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ausreichend ist. Einige Personen nehmen 10.000 internationale Einheiten ein, was wahrscheinlich für die meisten Menschen zu viel ist. In einigen Fällen könnte eine vorübergehende höhere Dosis von 10.000 internationalen Einheiten für ein bis zwei Monate in Betracht gezogen werden, insbesondere bei starkem Mangel. Es sollte jedoch vermieden werden dies langfristig zu tun, da es zu einer Überdosierung von Vitamin-D führen kann. Wegen der zahlreichen Variablen, individuellen Unterschiede und verschiedenen Faktoren ist es schwer zu bestimmen, wie viel Vitamin-D Sie wirklich benötigen, es sei denn Sie messen es. Sie sollten einen Bluttest durchführen lassen, um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Beim nächsten Mal, wenn Sie Blutuntersuchungen durchführen lassen, sollten Sie darum bitten oder darauf bestehen, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel in den Tests enthalten ist. Welcher Wert sollte als gut angesehen werden, nachdem wir die Blutergebnisse erhalten haben? Ein Wert von weniger als 20 Nanogramm pro Deziliter wird als zu niedrig angesehen und bedeutet praktisch, dass Sie ein Vitamin-D-Mangel haben. Solch ein Wert würde praktisch bedeuten, dass Sie in einer roten Zone sind. Und wenn Sie sich in den USA befinden, wird in der Regel in Nanogramm pro Deziliter gemessen. In anderen Teilen der Welt wird möglicherweise in Nanomol pro Liter gemessen. Um von einer Einheit zur anderen zu wechseln, multipliziert man die Nanogramm mit 2,5. Ich werde hier beide Einheiten angeben. Dann gibt es die orangefarbene Zone, was bedeutet, dass Ihr Wert unzureichend ist. Ihr Wert ist immer noch zu niedrig, aber es ist nicht kritisch. Die meisten Fachleute im Bereich der ganzheitlichen Medizin, der Ernährung und der holistischen Praktiken, die sich intensiv mit Blutuntersuchungen befassen, legen oft den unteren Grenzwert bei 50 Nanogramm fest, was 125 Nanomol entspricht. Das obere Ende des optimalen Bereichs liegt wahrscheinlich bei etwa 80 Nanogramm oder 200 Nanomol. Das ist der Bereich, den Sie für optimal halten sollten, und er erstreckt sich von 50 bis 80 Nanogramm bzw. 125 bis 200 Nanomol. Der Grund, warum wir uns in diesem Bereich befinden möchten und für viele Menschen ist es wahrscheinlich ratsam, eher am oberen Ende dieses Bereichs zu sein, besteht darin, dass es so viele individuelle Unterschiede in Bezug auf die Aufnahme, den Transport durch Bindungsproteine, die Vitamin-D-Rezeptoren und die Verfügbarkeit von Kofaktoren gibt. Wenn entlang des Prozesses einer oder mehrerer Einschränkungen auftreten, müssen Sie wahrscheinlich mehr Vitamin-D einnehmen, um dies auszugleichen. Wenn Sie sich also in der Nähe des oberen Endes des empfohlenen Bereichs befinden, machen Sie wahrscheinlich alles richtig. Ein Vitamin-D-Spiegel von über 100 Nanogramm pro Deziliter, was 250 Nanomol pro Liter entspricht, erfordert Vorsicht, da es zu einer Vitamin-D-Toxizität kommen kann. Diese Toxizität kann zu einem erhöhten Blutkalzium-Spiegel und verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Daher ist es wichtig, den Vitamin-D-Spiegel zu überwachen. Die Situation wird besonders problematisch, wenn der Wert über 150 Nanogramm oder 375 Nanomol liegt, dies wird als Vitamin-D-Toxizität bezeichnet. Das Erreichen eines solch hohen Vitamin-D-Spiegels ist nicht einfach, und es ist wichtig sicherzustellen, dass Sie nicht einmal in die Nähe eines toxischen Levels kommen. Die erforderliche Menge kann von Person zu Person stark variieren. Einige Menschen erreichen möglicherweise einen Vitamin-D-Spiegel von 100, ohne eine große Menge einzunehmen, während andere Tausende von Einheiten benötigen und dennoch dieses Niveau nicht erreichen. Aus diesem Grund ist es entscheidend, den Vitamin-D-Spiegel zu messen und regelmäßig zu überwachen, um sicherzustellen, dass Sie sich in einem gesunden Bereich befinden. Ich hoffe Sie erkennen, wie entscheidend Vitamin-D für Ihre Gesundheit ist. Es ist zu bedeutend, um es zu vernachlässigen und zu wichtig, um nicht zu wissen, wo Sie stehen. Dieses Vitamin beeinflusst zahlreiche lebenswichtige Funktionen. Daher ist es unerlässlich, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, um Ihren aktuellen Status zu kennen. Sie können nicht einfach 2000 oder 5000 Einheiten einnehmen und davon ausgehen, dass es ausreicht. Stattdessen sollten Sie Ihre Ergänzung auf Grundlage dieser Messung anpassen, regelmäßig überprüfen und Ihren Status kontinuierlich überwachen. Passen Sie Ihre Supplementierung entsprechend an und wiederholen Sie diesen Prozess, wenn es erforderlich ist. Zu Beginn sollten Sie wahrscheinlich zwei- bis dreimal im Jahr eine Überprüfung Ihres Vitamin-D-Spiegels durchführen, um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten. Wenn Sie Änderungen an Ihrer Vitamin-D-Ergänzung vornehmen, wäre es empfehlenswert, alle drei Monate Blutuntersuchungen durchzuführen, bis Sie stabil sind und Ihre Basislinie kennen. Sobald Sie diese Stabilität erreicht haben, ist es nicht mehr erforderlich, so häufig Blutuntersuchungen durchzuführen. Dennoch sollten Sie Ihr Verständnis darüber, wie Ihr Körper funktioniert, kontinuierlich vertiefen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr über Gesundheit erfahren möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und werden Sie Teil unserer Community. Vergessen Sie nicht das Video zu liken und teilen Sie uns in den Kommentaren Ihre Meinung mit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.